Chemie Ja genau, Alter hör auf mit den Ey die Spasten die immer Chemie sagen Ey Chemie In China gibt's ne Chemiefabrik Jetzt hat er einen Viewer Der das so ausspricht und jetzt hat er keine Lust mehr zu schauen Alter hör mal auf Alter Wann soll der mir halt ein Disley geben das Ey Ich hab Chemie in der Chemiefabrik gelernt in China Alter Alter diese coming Dieses Sowas werde ich nie verstehen Chemie Chemie Ey Kunde was ist denn das für ein Dialekt Chemie Das heißt Chemie Kumpel Alter Das regt so auf Hast Prediger Ja ja schon gut Wir machen es wie bei South Park Alter Ey wir setzen mal wieder den den des Teufels um Wir nutzen die Republikaner Von vent Phase Wir dürfen den Jungen nicht sterben lassen Wir dürfen ihn nicht sterben lassen Genau so läuft das Genauso läuft das Das solltest du nicht wiederholen Das solltest du nicht wiederholen Hot 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 cough Wie geil Wie geil! Wer ist Cartman-Fan? Ehe, glaube ich. Da gibt's die Kommentare, ne? Gingers! Wer mag Gingers? Sollte vielleicht das eilige Kleeweide Ja sagen, damit dann die Gingers nicht hassen? Also ich mag schon Gingers, but Frauen, rotheilige Frauen sind sexy. Auf dem Bett, ne? Sexy... Ja, ich brauch Wolle, ey. Wie viel Wolle brauchen wir für ein Bett? Drei, genau. Ja, und drei Wooden Planks. Oh, da ist ein Creeper. Siehst du? Im Dunkel hat man immer genutzt, Wooden Planks. Hallo? Hier, Morph, ich mach dir auch ein Präsent, komm. Hm? Ein Friedenspräsent. Ja, werden wir mal sehen. Ne, du bist so schwach. Ja, danke. Ich weiß schon, worum es geht. Ja, kein Link. Ja, Garnum ist ja voll ein Nook, der hat ja es nicht angenommen. Ne, ne. Eine Eisenrüstung als Friedenspräsent wollte ich ihm anbieten. Hallo. Wollte er nicht haben. Hallo, du eurer Kraft. Ich kann dir nicht trauen, Alter. Oh, das ist ein Schaf. Wir haben noch kein Weizen, ey. Wir müssen mal Weizen anbauen, damit wir die Schaf anziehen können. Ey, Junge. Ey, jetzt hau mich nicht mit dem Schwert, du. Das krieg ich doch mit dem Schwert rein. Fick dich. Danke. Oh, hier ist ein Schaf und das stinkt den Boden. Necker. Wo ist mein Bogen? Fuck. Ich weiß, dass du in Hocke gegangen bist. Du kleiner Schwanz, du. Seh dich. Ich seh dich immer noch. Ich weiß, dass du mich selbst siehst. Du siehst mich nicht. Ist mir scheißegal. Ich gucke mich nur ein bisschen um. Ich geh nicht immer noch. Ich geh immer noch ne Fledermaus bei mir. Ich geh immer noch ne Fledermaus bei mir. Ihr habt hier Eisen vergessen. Oh. Und ich hab ne Höhle entdeckt. Nicht ja. Nein. Ah, das ist ein Riss. Hm. Noch ne Riss? Ja. Ich häng fest. Toll Wurst. Gib mir mal das andere Schild, wenn das nicht mehr brauchst. Oder wie machen wir noch eins? Ähm. Alter. Wieso kannst du diese scheiß Blockbench nicht benutzen? Ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst hier abmauen soll, was ich gerade gefunden habe. Ziemlich geil. Warum machst du das Schild ab? Nein. 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 Scheiße. Mann. Das soll der Scheiß. Da hat er das Schild. Na gut. Das passt. Ja. Ne, ne. Ich weiß auch nicht. Was passt so gerne am besten? Keine Ahnung. Habe ich auch überlegt. Deine Mutter in meinem Bett. Ne, das passiert jetzt nicht. Ne, ich bin nicht so geschmacklos. Ne, ne, ne. Loll. Ah, danke fürs Tier. Da wollte ich gar kein Schild hinlassen. Oh, mir sieht komisch aus. Ach, verdammt. Hey, wieso hängen das Schild so seltsam in der Luft? Das ist voll verpackt. Weil ich das vor das Anfallschild gehängt habe. Ne? Ah. Warum habe ich jetzt eigentlich fünf Schilder? Ach, egal. Hey, langsam müssen wir auch ne Rüstung machen. Wieso? Gruppenzwang? Ne, eher Überlebensinstinkt. Wie kann man nochmal den Pfeil nach unten auf der Tastatur machen? Geht das? Ich weiß es nicht. Hell? Nach unten? Ja, so ein, halt so. Ja, den Strich, den kannst du mit Alt-Gr und hier, kleiner als größer als Zeich machen. Links neben dem Y. Was ist denn mit mir, über jetzt natürlich? Ich hab Angst. Ach komm, machen wir das so. Nein. Nein. Irgendwie finde ich das normale Holz im Vergleich zum Summenholz ziemlich trist, oder? Mal das erst mal vergleichen. Also ich weiß nicht, welches Attack of Factor für eins oder ob du überhaupt eins hast. Ja, ich hab keins. Bei mir ist das nämlich ziemlich scheiße im Vergleich zu dem von dir aus. Das sieht viel saftiger aus. Von der Farbe, ja. Oh, das sieht doch irgendwie ein bisschen besser aus. Ist das ein komisches Geräusch hier unten bei Garn? Oder ist das so durch die Leiter? Ähm, das ist durch die Leiter. Ne, Leute. Über das Mantel, ich hab ne Höhle gefunden, ne, hier unten. Jo, ich bin da. Du musst mal, wenn du die Tür reingehst da, ne? Nach rechts. Ja. Da geht's ziemlich ab. Komm mal hier. Wenn's da Kohle oder Eisen gibt, vor allem eigentlich, dann geh ich immer hin und ich will's mir holen. Alter. Nein! Das ist ein bescheuer Töne, den! Viel Spaß. Der hat dich doch getargetet. Oh, ich hab so Lack. Schade. Oh Gott, Alter, geil. Der hat dich doch die ganze Zeit getargetet. Wie schön. Fick dich, du Bastel. Alter, da schleppt der mir nen Creeper ins Haus. Fick dich. Alter. Boah, wie viel Eisen hier ist gerade, ne? Ich freu das mal ab, ne? Gib dir das mal später. Mal sehen, was ist aber auch von meins, Alter. Ja, ich geb dir das gleich. Das heißt nicht, ich will zuerst kommen. Mal zuerst, das hab ich zuerst gesehen. Sicher, dass das gesehen ist? Ja. Hat der viele Zombies hier, ist der Spawner? Hört ihr das mal an? Komm mal hier hin. Ja, hier ist ein Spawner. Krasse. Wow! Ohne Scheiß, Mann. Wenn du hier... Boah ey. Alter, hier ist so viel Eisen. Oh mein Gott, hier ist echt nur ein Spawner. Guck dir jetzt mal, guck mal hier hin, guck mal. Wunder wie viele Spawner da rechts sind. Wunder rechts. Wunder rechts. Rechts von dem, rechts von dem Kies da. Naja, jetzt kommen die ganzen raus, ey. Rechts von dem Kies muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob da immer noch die ganzen sind. Doch guck mal, guck mal, wie die alle auf einem Block hängen. Was ist denn Wunden? Da hier. What the fuck? Lass den Creeper explodieren. Warte, das mach ich mal fix. Nee, ich hab Angst. Ich hab jetzt Wunders in Fläger raus, Alter hat die mich erschrocken. Der Mjoker hat erschrocken. Ey, schau dir das mal an. Schau dir das mal an, komm mal von mir. Rechts wo? Da, da. In dem rechten, rechts vom Kies. Verdammt. Oh, der ist reingefallen. Oh mein Gott. Was seid ihr für Amateure, ey. Alter, was ist da unten los? Boah, wie viele Zombies das waren, ey. Guck mal, der zorniert ne Rüstung an. Ey, das müsst ihr euch mal anschauen, ne? Alter, nein, ich verrih, nein, 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 nein. Hey, das sehen Sie gucken, bist du da unten, ne? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Auf einem Block waren da, also fest, die waren am festhängen, die sind irgendwie drin gespawnt, waren nur wie 10 Zombies oder so. Und dann ist der natürlich, der Rolllitzer reingefallen. Ey, Leute, wie komme ich denn wieder, ah, ich glaube ich weiß, wohin ich muss. Super, hier ist ein Creeper explodiert. Ja, der ist unten in der Hölle explodiert. Garmin. Du, wie bist du da reingefallen? Wolltest du vor dem Skelett da reingefallen? Mich hatten die Spinnen reingedrückt, Alter. Ohne Mist. Ich bin einfach so reingefallen, Scheiße. Mich hat eine Spinnen reingedrückt, oder? Das war so klar. Guck mal da runter. Was da alles liegt? Das Zeug liegt da unten, das ist wichtig. Das liegt voll viel. Soll ich das einsammeln? Nee, das mach ich dann. Also erstmal das von Toni, das liegt da und dann noch meins. Ich weiß nicht, wie lange das bleibt. Ich bleib mal in der Nähe. Bleibt ewig, das hält 10 Minuten. Okay. Achso, halt schon ein bisschen hier. Ohne Scheiß, Alter. Fast alles ist tot dann. Der Creeper hat alles in die Luft. Alter, super. Das kann nicht sein, Alter. Vor allen Dingen, das hat mich runtergeschossen, dann war ich tot. Ja. Da haben wir noch keine Chance zu überleben, ey. Ja, das ist voll krass das Ganze, dass man sich entdeckt hat. Ich entdeck immer so einen Scheiß, Alter. Mit unter zwei. Okay, ich will jetzt mal runter. Ich bin wieder runtergefallen. Da ist ja nichts mehr drin, der Creeper hat alles in die Luft. Hab ich ein Schwert gezogen? Nein. Ohnein. 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 Ich hab gar nichts zum Verteidigen. Ich töte sie. Ich geh grad die Zombies nicht an, ne? Die gehen alle Dings an. Ja, ich komm, ich komm. Ist mein Zeug, ey? Werdet mein Zeug? Der hat genau hier vorbeigemalert. Ey, wird mein Zeug jetzt eigentlich überhaupt alles? Ich hab nichts aufgesammelt. Ich bin extra nicht da reingegangen. Oh, guck mal hier ist ein Zombie ohne Gana. Ich bin mir nicht ein, ob das mein Zeug ist. Irgendwie... Wo bin ich eigentlich hintergefallen? Ich weiß das gar nicht. Ja, hier ist wieder die Stelle, wo ich nichts placen kann. Bin runtergefallen hier. Dann wurde ich hier hintergedrängt in die Ecke. Und dann bin ich hier gestorben. Ich hab auf jeden Fall nichts genommen. Und ein Spinne. Oh mein Gott, bitte nicht, Alter. Da unten liegt mein Zeug. Oh, da kommt ein Enderman. Oh, oh. Alter, was für Geräusche der macht. Hier, Trudy kommst du? Hier ist sowas von ein Spawner. Hör dich schon mal an, da muss man ein Spawner sein. Trudy, bist du da? Ja. Ist dein ganzes Zeug hier grad, ne? Hm, ich komme, ich komme. Wenn ich nie wieder sterbe. Alter, ich seh deine... Oh, scheiße! Nein! Oh, zum Glück hab ich schon ein Bett, Alter. Oh, guck, ey. Ich bin in das Cave eingefallen, ey. Doch, maler, unten liegt mein ganzes Zeug. Ja, ich hab auf jeden Fall das Zeug gefunden. Lass wir gemeinsam da rangehen. Ey, ich spiel mal an die Sachen, ey. Das sind ganze Eisenrüstung. Ich hab alles dabei gehabt. Oh, das war das scheiß Skelett. Hier liegt auch immer ein dicker Haufen an Eis. Da muss ich komisch nicht dran vorbei, gerade. Hat alles weggeräumt auf einen Schlag. Schauen sie mir ab. Ja, super, ist das mein Zeug noch tiefer gefallen, oder was? Ja, meins liegt auch hier ganz hinten. Alter, wie komisch da denn dran. Okay, Risiko. Alles einsammeln, alles einsammeln. Scheiße, das ist so viel. Ich kann nicht alles einsammeln. Wow, 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 wow. Hier unten ist so viel Zeug, fuck. Ey, mein ganzes Zeug ist gestorben. Und als der Krupa dort explodiert ist, dann ne. Ich bin jetzt total Heimatloch. Alter, ich hab ne Eislosen von irgendeinem Aufnahme. Okay, Leute, ich werde jetzt sterben, passt auf. Das wird jetzt richtig scheppern. Seid ihr bald gerne runter... Alter, ich sterbe nur. Gannon, wo war eigentlich mein Zeug? Ich hab, äh... Ich weiß es, die Alters einpacken wurden. Hier... 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 Ähm... Was hast du noch dabei, sag mal? Ey, Gannon, was ist das denn? Alter, ohne Scheiß, Mann. Ich lauf den Weg nicht nochmal. Gannon hat sich gepäht, ey, der Hacker. War das alles? Ja, ich hatte noch Tropen heute. Ach, ne, doch. Das kann ich eigentlich mit Co-Töffeln machen. Nun, passt so. Ist das überhaupt mein Zeug? Alter, mein ganze Zeug ist in Luft aufgelöst, ich hab nichts mehr. Bei mir hat's ein... Kann ich die einputzen? Boah, scheiße, wir werden wieder Level 1. Ich hab dich nicht verstanden, weil die anderen einfach die ganz entsprechen. Mit Co-Töffeln kann ich die in ein Beet einfliegen? Ja, äh, kann gut sein. Ich weiß nicht genau. Ist das mein ganze Zeug ist kaputt gegangen, ne? Ich hab nix mehr. Wieso hast du ein Dorf gefunden, oder wie? Ne, von dem Zombie, den ich kurz besiegt hab. LOL. Das ist eine richtig niedrige Drop-Chance, weißt du das? Ja, ja, ich hab alles Eisen mit dem Eisenschwert, also... Und die machen eh kein Damage mehr bei mir. LOL. Ich trau dir nicht, ich trau dir nicht. Ich hab alles. Die musst du, glaub ich, braten, damit sie überhaupt... Ne, ich hab sie gerade reingepflanzt. Oh, Leute, ich will hier hoch, ne? Ah, schön. Ja, schönes Ding. Was passiert, wenn die einpflanzt... Kriegst du trotzdem nur eine Karte? Alter, Leute, da unten ist es so krass. Ich weiß nicht, das Zeug wächst jetzt einfach vor sich hin. Mal sehen, vielleicht krieg ich eine Kartoffelpflanze oder sowas. Okay. Kartoffeln. Auf jeden Fall wächst hier mein Getreide schon. In Massen. Alter, ohne Scheiß. Ich hab alles verloren, ne? Das ist zum Kotzen. Ich auch, ja. Ich hab alle meine Level verloren. Ja, nicht nur deine Level, ich hab auch meine Einzelne verloren. Wenn ein Creeper drauf explodiert ist. Ich hab auf jeden Fall deine Items gesehen, ne? Dann wollte ich die holen und dann hab ich nicht gesehen, dass sie da runter geht und bin da reingefallen in so ein Loch. Ey, baue ich jetzt richtig viele Viecher. Das ist krass, ne? Aha. Echt Arschviel. Ohne Lust. Und ich weiß nicht mehr, warum man rauskommt. Wie kann ich? Du musst dich nach oben bauen. Wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt mit Kakaobohnen machen? Mit Kakaobohnen? Wie kannst du Kekse machen? Ich hab übrigens noch was von dir. Was ist das? Das gehört dir und... Und hattest du Gold dabei? Ich bin noch keins. Ne.